schönen guten tag zusammen im letzten video wo es einfach nur um das thema vpn ging habe ich euch alles mögliche darüber erzählt worüber man nachdenken sollte worauf man achten sollte wie man sich schützt wie man sich vielleicht erweitert schützt wie auch immer heute will ich einfach mal über mein anbieter des vertrauens quasi reden einer von meinen veranbietern des vertrauens und zwar proton vpn jeder hat es glaube ich schon mal gehört das ist ein produkt was es halt eben schon ewig ewig lange geht ganz ganz wichtig deswegen schalte ich noch mal um keine werbung ich mache nur persönliche werbung für ich wurde dafür nicht bezahlt oder sonst was ganz ganz wichtig ich mache das weil ich dem ganzen halt eben zumindest technologisch was ich sehe vertrauen also noch mal proton vpn ganz normaler typischer vpn anbieter so wie wir sie im internet kennen ich glaube proton vpn ist auch immer einer von denen die so auf rank 3 4 5 6 sich irgendwo einordnen da gibt es zwei andere nennen wir jetzt hier mal nicht die landen immer auf eins oder zwei oder so was oder zwischen zwei und eins wie auch immer und hier proton vpn landet irgendwie gefühlt immer so auf platz 3 4 5 6 vielleicht sieben oder sowas spielt auch keine rolle jeder macht da irgendwie andere tests heute zeige ich euch warum wir das warum ich das hier toll finde preislich gesehen keine ahnung fahren wir direkt an das immer so erste frage preis hier fünfer in zwei jahren sechs euro in einem jahr wenn es nur einen monat macht ein zehner so ganz einfach ob die geld wert ist wie es hier gleich sehen darum geht es aber gar nicht es geht viel mehr um die technische grundlage also vpn anbieter womit werben sie alle immer sicherheit privatsphäre freiheit sicherheit würde ich sagen jo wir haben open vpn jo wir haben war ja gerade ist zumindest das einfache standard schnelle zeug was wir privat leute brauchen ich finde immer dieses l2 tp und so das ist alles so alt und funktioniert zwar immer noch aber ja egal wir haben hier ganz normal war ja gerade und open vpn alles integriert hier in die netten tools die wir jetzt gleich haben gehen wir weiter kostenlos vpn ja ich glaube es gibt einen kostenlose counter könnt ihr zumindest deutschland usa und japan glaube ich schon mal ganz mal dran und kosten kostenlose version könnt ihr einfach nutzen ich glaube dann geht nur kein streaming darüber und so ein paar features oder sowas ein bisschen langsamer aber für mal eben zwischendurch und jetzt glaube ich live time kostenlos nutzen also for free einfache bedienung stimmt schnelle vpn geschwindigkeit stimmt kann ich können wir gleich beweisen plattformübergreifende unterstützung stimmt haben wir hier android iphone tralala windows open vpn heißt ich kann es auch im linux drauf ballern war ja gerade linux drauf ballern cool funktioniert überall stream ja habe ich getestet proton vpn geht hin und macht die pakete macht so ein bisschen ich will nicht zu technologisch machen aber geht hin und macht die pakete wieder größer nachdem sie durch ein vpn tunnel durchgegangen sind damit netflix und co nicht kapiert dass das ganze über ein vpn ging nur mal so vpn accelerator irgendein schien schon damit bei denen das angeblich 400 prozent schneller ist lassen wir mal außen vor und dann kommt dieses dieses typischen ist secure core das ist das interessante das zeige ich euch gleich perfekt forwarding secret sport forwarding zeige euch auch werbe blocker zeige ich euch auch außer schweiz das ist das was ich immer sage ja die schweiz ist wenigstens so land was auch einfach mal zum maul hält vielleicht zwischendurch ich glaube schweiz ist ein gelassungsgebergen ich sag immer persönlich schweiz ist auch auch einfach mal ein land was einfach mal das maul hält so sag ich das immer ganz gerne so richtlinie dass keine protokollierung stattfindet finde ich gut beweisbarkeit ist immer so eine andere geschichte vielleicht meldet sich ja proton vpn bei mir dass die sagen guck doch mal bei uns auf dem server und ob da wirklich nichts protokolliert ist gemeinsam natürlich mit den leuten mal gucken vielleicht kommt da irgendwas also angeblich keine protokollierung gehen wir jetzt einfach mal von außen sondern ansonsten tor über vpn das so ein feature mittlerweile wo ich sage das gehört einfach irgendwie dazu also mehr als genug langweiler auf der webseite ich zeige euch jetzt einfach die nackte wahrheit und die nackte wahrheit sieht auf einem windows pc und ich glaube auf mac os nämlich genau so aus hier steht ganz einfach nur sie sind ungeschützt ich hasse immer diese aussage von wegen sie sind ungeschützt bin ganz normal normal im internet unterwegs ich bin selbstverständlich wie jeder normale mensch bin ich erst mal außer ich habe ein layer 8 problem irgendwie geschützt dass mich keiner angreifen sollte kann oder sonst was hier passiert mir erst mal nichts außer ich surfe eben bescheuert durch die ging lasst uns erst mal auf die standard features gehen ich habe eine ganz normale world map ihr könnt ihr sogar einfach in der world map ein bisschen durch die gegend wursteln und könnt ihr draufklicken einfach klick frankreich und dann bin ich in frankreich fertig und links am monitor könnt ihr es leider nicht sehen kam jetzt gerade auch eine meldung ich habe eine ip-adresse gekriegt hier oben steht sie 188 irgendwas und hier unten seht ihr jetzt auch schön müsste genau hier über mir gucken der traffic fließt und der traffic fließt jetzt ausschließlich ausschließlich über die verbindung frankreich er hat jetzt auch glaube ich einfach den schnellsten server genommen wo hier oben steht zehn prozent auslastung das funktioniert auch sehr sehr gut und lasst uns dabei einfach mal bleiben ich rufe jetzt hier einfach auf mach mal ein speedtest aufdruck einmal f5 damit er sich so zumindest zettel so ein bisschen ihr seht schon net protect paris er hat das schon eben so ein bisschen erkannt dass ich irgendwie im franzosenland unterwegs worden ich drücke einfach mal auf play einfachste sache jetzt ich bin einfach in irgendeinem vpn drin und ich muss sagen der ist es gerade wirklich langsam auf die effekt ich schneide es natürlich nicht raus sonst habe ich immer so mindestens 300 m wird auch über costa rica vor viel effekt ich schneide es nicht raus auf jeden fall speedtest mäßig funktion ach nee doch stopp halt halt ich benutze gerade meine andere internetverbindung ich benutze gerade meine andere internetverbindung dann werde ich jetzt eben einmal umschalten das werde ich jetzt einmal eben umschalten damit wir wirklich live wetter ab moment so andere internet verbindung genutzt die mehr als 50 mbit hat und noch mal von vorne mal gucken was wir über frankreich jetzt wirklich hinkriegen das sieht schon deutlich besser aus das ist auch immer so das was ich immer wieder überall sehe ich habe jetzt glaube ich bestimmt der 50 speedtest den ich über irgendwelche server in der welt bei proton gemacht habe ich kriege immer so 300 350 ich habe hier zu hause mit also keine sorge ich habe immer dieses 300 350 keine sorge mehr als 50 mbit upload habe ich nicht deswegen auch das ist ziemlich ziemlich gut also so in etwa kann ich immer sagen 300 mbit kriege ich darüber über zumindest eine verbindung und da sind wir jetzt auch schon dabei bei proton habe ich einfach den vorteil irgendwo drin ich sage es euch jetzt einfach irgendwo steht das ich kann zehn verbindungen aufbauen das heißt ich kann nicht nur mein pc verbinden ich kann nicht nur mein router verbinden ich kann ich nicht nur mein handy verbinden ich kann nicht nur hier mein reiserouter gleichzeitig mit verbinden ich kann zehn verbindungen gleichzeitig machen das heißt ein account für die ganze familie für alle handys für alle router die ich irgendwie habe kann ich einrichten überhaupt gar kein problem und das geht nicht darum einzurichten es geht darum eine offene verbindung zu haben ganz ganz wichtig so wir haben also den standard uns einfach mal angeschaut wir können vpn verbindung aufbauen wir sehen in der ip-adresse für die die es natürlich ganz einfach haben wollen wie ist meine ip.de da 188 123 am ende 188 123 am ende also vpn funktioniert gut lasst uns aber mal ein bisschen tiefer in die materie einfach mal einsteigen ich drücke jetzt erstmal auf verbindung trennen ich bin jetzt wieder ganz normal im internet und ich gehe jetzt hier einfach mal hin und gehe hier oben einfach mal so ein bisschen diese themen durch denn die sind nämlich gar nicht so uninteressant angefangen jetzt hier mit dem thema secure core was ist secure core leite deine sensiblen daten über unsere sichersten server datenschutz freundlichen länder weiter gucken wir einfach mal auf ein was passiert jetzt jetzt passiert im endeffekt dass ich mich nicht nur mit einem vpn server verbinden sondern ich verbinde mich jetzt mit einem sogenannten eintrittsknoten irgendwo ich zeige euch mal ich will jetzt mal nach belgien dann würde ich mich jetzt wenn ich über belgien gehe kann ich jetzt aussuchen über die schweiz oder über island gehen das heißt ich kann jetzt sagen einfach mal über die schweiz ich verbinde mich jetzt mal hier über die schweiz nach belgien das heißt meine verbindung aus deutschland geht jetzt erstmal über die schweiz das heißt mein internet service provider hier wo ich mich verbinde sieht jetzt gerade eben ich verbinde mich in die schweiz mehr sieht er erst mal nicht ich verbinde mich zu irgendeiner ip-adresse in die schweiz mehr sieht mein provider jetzt hier nicht vodafone telekom oder sonst was das heißt ich gehe mit einer verbindung in die schweiz und ich werde automatisch von da aus weitergeleitet weitergeleitet nach belgien und aus belgien kriege ich meine ip-adresse in dem falle die 37 120 machen wir eine schnelle querkontrolle 37 120 4 wunderbar das heißt das funktioniert auch also wir haben hier dieses sogenannte multi hop vpn so dass ich zumindest immer das heißt wir haben eine doppelstrecke ganz wichtig ganz wichtig wenn wir eine multi hop verbindung anstreben würde ich euch immer empfehlen einen zweiten vpn anbieter zu wählen das heißt einen zweiten menschen eine zweite company dazwischen die halt eben hingeht dass man jetzt bei proton vpn die erste verbindung meinetwegen macht und die zweite verbindung mache ich über einen ganz anderen verbindungsweg das heißt da habe ich dann zum beispiel bis sich nordvpn express vpn oder wie auch immer wie sie alle heißen und darüber geht dann die verbindung zu 2 das heißt ich habe zwei leute die erst mal quatschen müssen um an mich ranzukommen das hier ist einfach nur noch ein weiterer verbindung schritt ich habe aber ein single point of contact in dem fall aber nicht schlimm egal wir haben die wir haben die funktion drin das ist auch in ordnung und natürlich sieht man schon ich mache gerne mal zwischendurch pings man sieht schon ich habe jetzt hier 45 millisekunden nach belgien ist natürlich relativ hoch wenn ich mich jetzt einfach mal so verbinde nach belgien machen wir mal wieder aus jetzt haben wir uns gerade einfach so nach belgien verbunden ich mache mal ein slash t dann könnt ihr das immer schön nach verfolgen was im hintergrund läuft deswegen habe ich das fenster da unten sehen wir schon ich habe deutlich bessere millisekunden als halt eben über ein multi hop verbindung das heißt die verbindung ist direkt und nicht mehr über die schweiz das war schon mal nur funktion 1 die eigentlich recht recht cool ist dass man halt eine multi hop funktion aufbauen kann gehen wir einfach mal weiter nett schielt weiß nicht ob ich das jetzt nutzen würde ich habe hier selber bei mir etwa laufen und so weiter man kann halt eben selber wenn ihr selber ich sage jetzt einfach mal vorsichtig ausgerückt keine ahnung habt bieten die halt eben direkt hier die möglichkeit schadsoftware und werbung und sonst was halt eben über den eigenen dns server von denen halt eben direkt auszusperren das heißt wenn ihr hier mit proton vpn durch die gegend surf ihr muss euch ja nicht in die weltgeschichte verbinden ihr könnt ja hier ganz normal sagen deutschland verbinden da wird immer der schnellste server genommen oder der freiste server genommen und dann seid ihr ganz normal unterwegs und wenn dieses net shield alles dann habt ihr halt eben auch teilweise diese lästige werbung im internet nicht manchmal bei video werbung ist immer noch was anderes aber ja viel werbung wird halt raus gepult genauso wie ein bisschen mailware schadsoftware wie auch immer da geht es meistens darum dass webseiten die sowieso schon in der kompletten welt als super scheiße geteckt sind einfach dns technisch nicht aufgerufen werden können darum geht es erstmal da hängt jetzt hier kein packet filtering oder sonst was älter wollte ich schon mal sagen trotzdem eine funktion wenn man es halt eben bei sich zu hause selber nicht hat die man gerne gerne nutzen kann ich mache es jetzt erstmal wieder aus kill switch eigentlich auch eine coole funktion ich laber ja gerne miss wisst ihr ja kill switch ist im endeffekt folgendes ganz wichtig also für mich persönlich gibt eigentlich nur zwei sachen die dabei wichtig sind entweder kill switches aus oder der permanenten kill switch der kill switch risikotrennung eins ist so ein mittelweg lasst uns erstmal beim haubleiben der switch heißt fällt meine vpn verbindung aus gehe ich über meine internet leitung ganz normal raus ins internet und das heißt ich bin ganz normal über meine ip-adresse drin und gehe halt ganz normal über mein service provider aus der permanent kill switch da steht auch können sie nicht auf das internet zugreifen wenn vpn aus irgendeinem grund keine verbindung besteht drücke ich mal auf aktivieren das heißt wenn hier warum auch immer in meinem proton vpn irgendwie die verbindung nicht mehr da ist warum auch immer spielt keine rolle server bei denen kann ja ausfallen oder was auch immer wie auch immer was auch immer dann habe ich keine internetverbindung das heißt aber auch es gibt nicht ein einziges paket von meinem pc raus ins internet und ist erstmal wie so eine kill switch einfach nur kill switch tot das heißt damit bin ich eine barriere aufgebaut an meinem pc hier das nicht ein einziges paket nach draußen ins internet geht ich weiß jetzt nicht wenn ich jetzt hier auf verbindung trennen klicke da haben wir es kill switch not trennung sperrt alle ihre verbindung wie ich unten beim putti fenster entgegen nehme allgemeiner fehler geht ja gerade nichts mehr wir sind ja dreist f5 und ich würde mal sagen da geht gar nichts mehr also aktuell geht gar nichts mehr ich weiß ist jetzt für euch ein tiler die das gerade gucken bis kennen hart weil jetzt setzt sich proton vpn dazwischen und wird wahrscheinlich alle regeln irgendwie lokal irgendwie erstmal blockieren damit nicht ein einziges paket irgendwie von draußen und nach drinnen gehen von von drinnen nach draußen geht und mehr passiert ja nicht auch das kann man natürlich umschiffen aber jetzt für den einfachen user ist das hier ein kill switch der einfach funktioniert beweisbar hier mit dem und wenn ich jetzt einfach den kill switch wieder raus nehme klick sollte er eigentlich auf meinem pc ihr seht sollte der ping jetzt ganz normal wieder laufen trotzdem ein feature was ganz ganz wichtig ist wenn ich ihn aus im ausland bin irgendwo gerade am arbeiten bin vpn fällt aus oder was auch immer das nicht auf einmal meine daten nach draußen gehen über meine normale verbindung in einem land was vielleicht nicht meine daten haben sollte sondern es sollte halt eben über eine gesicherte verbindung gehen in mein land meiner wahl und dafür ist dieser kill switch da haben wir das nun schon mal eins was ich auch echt cool fand als feature report weiterleitung da kommt dann noch mehr die port weiterleitung ich kann nämlich sagen ich hätte ganz gerne einen port von euch ich hätte jetzt ich bin mir einfach schnell verbinden befindet sich jetzt irgendwie mit deutschland allerdings relativ schnell und jetzt habe ich ein port zugewiesen bekommen wofür ist er im endeffekt da der port ist dafür da um point to point verbindung zu machen also torrent oder irgendwie sowas aber egal ich bekomme auf jeden fall ein port zugewiesen das heißt wenn ich vielleicht irgendwelche downloads habe oder irgendwas in der richtung ich habe diesen port zugewiesen bekommen und dieser port in dem fall jetzt weiß es ist sehr klein es steht da um 52 363 gehört jetzt mir über diese ip-adresse über diese ip-adresse mit diesem port kann man mich jetzt erreichen auch geil also ein ganz normales port forwarding über diese ip kann man mich jetzt erreichen ich könnte jetzt ein explizites video machen wie ich jetzt über proton über die ip mich von außen auf einem web server erreichen könnte ja das geht das habe ich immer ganz normal gelesen auch auf der offiziellen seite wie von proton also ich habe mich jetzt von außen quasi erreichbar gemacht schon habe ich verschluckt habe ich jetzt von außen erreichbar gemacht mit diesem port und das ist einfach manchmal ziemlich ziemlich nützlich wenn ich über irgendein land mit irgendeinem port zu mir nach hause auf einen irgendeinen router auf einen geilen router von mikrotik oder sonst was mich rufen kann man schon geile sachen mitbauen jetzt mal technologisch wieder auf diesem kanal sind wir ja mal ein bisschen ein bisschen weiter damit kann man schon keine geile sachen bauen nur und wir brauchen auf linux ja nicht dieses tool hier sondern wir können ja auch einfach normale war ja gerade verbindung bauen denn die kann das nämlich auch so jetzt haben wir diese standard features zumindest einmal durch ich glaube ich brauche euch nicht zeigen dass man hier alle möglichen länder auswählen kann dass wir hier länder haben wo auch wo haben was gehabt hier das tor netzwerk mit drin ist wo ist hier dieses zwiebel hier haben wir zum beispiel island da haben wir auch server da gehen wir dann durch tor das heißt wenn wir hier so ein tor symbol vorhaben können wir hier sagen verbinden glauben wir ab dann wird die verbindung langsam aber dann verbinden wir uns im endeffekt über das tor netzwerk wir sehen schon da unten geht teilweise gar nichts mehr es ist super langsam wahrscheinlich kriegen wir noch nicht mals mehr irgendetwas durch aber egal das funktioniert schon dass wir irgendwann eine verbindung kriegen und wir gehen jetzt durch tor netzwerk für die die es kennen auch dazu habe ich zig videos gemacht wir gehen jetzt ganz normal durch tor netzwerk das heißt vpn verbindung nach island und von island von diesem knoten verbinden wir uns über fünf knoten irgendwo durch das tor netzwerk und gehen dann halt eben erst ins internet jetzt ist die große frage ob ich jetzt gerade überhaupt irgendetwas hätte hier werden wir jetzt gerade einfach mal sehen wir haben auf jeden fall eine ip-adresse zugewiesen bekommen und es ist nicht die ip-adresse von dem knoten hier oben steht nicht die ip-adresse von dem knoten von island sondern irgendeine ip-adresse aus irgendeinem exit knoten wo auch immer auf dieser welt bei der tor hier steht ach guck mal das ist gut zufälligerweise deutschland und das ist nicht meine ip-adresse das wüsste ich die steht ja auch schließlich immer hier oben lasst uns technisch weitergehen auch das was jetzt kommt ist eigentlich eine ganz 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 wichtige sache was bei vielen immer wieder gefehlt hat oder auch jetzt hier erst ich glaube erst letztes jahr irgendwann kam in den einstellungen verbergen sich nämlich auch ein paar ganz ganz tolle sachen nicht nur unter nicht nur unter verbindung könnt ihr immer selber noch vorgeben was will ich denn hier nutzen war ja gar aber trotzdem wenn ihr vielleicht eine stabile verbindung haben wollt weil ihr irgendetwas warum auch immer technologisch eine stabile verbindung braucht weil ihr euch irgendwohin verbindet eine stabile er sage ich jetzt extra mal weil irgendein systemprotokoll was auch immer programmsoftware war was auch immer von euch das braucht dann empfehle ich euch ganz klar die tcp session weil da wird das ganz natürlich so ein bisschen ist die kommunikation einfach ein bisschen sicher nicht sicherer sondern gesattelter überprüfbarer sozusagen die cp halt so aber war ja grad und bei open dp in julie p haben wir halt eben schmackes weil wir einfach daten durch den tunnel jagen und so weiter und so fertig und das ist ja auch das was wir eigentlich meistens immer wollen wir brauchen ein bisschen performance wir wollen bis die netflix streaming haben judy p dafür brauche ich kein tcp und außerdem intelligent ist hier immer mit integriert was er dann nimmt keine ahnung das steht mit sicherheit irgendwo ich habe es aber halt eben noch nicht wirklich gesehen dieser accelerator lasse ich mal raus ist nicht so wirklich erklärt was er so wirklich macht ist einfach immer mit cpu und so lassen wir einfach mal raus moderates nat lasse ich auch mal raus das ist dieses thema von wegen nothing auf dem pc in der playstation und so weiter aber egal ich wollte euch eigentlich das noch viel geiler sehen viel was viel geileres zeigen sondern das ist hier drin nämlich dieses split handling split handling macht folgendes steht ja sogar da ich kann jetzt hingehen und sagen in meiner software bitte tunnel mir ausschließlich nur diese software über diesen tunnel das heißt anwendung oder ip vom tunnel ausschließen oder nur die enthaltenen apps wie auch immer werden durch diesen tunnel weitergeleitet das heißt ich könnte jetzt zum beispiel sagen klick und ich hätte jetzt gerne alles nur was durch mein mozilla firefox klick hier durch geht und nur das und ausschließlich das geht durch meinen geht durch mein vpn durch das habe ich jetzt hier aktiviert es ist ja auch aktiviert ganz normal das heißt er sollte es jetzt gemacht haben ich wähle mir jetzt hier mal was aus zum beispiel kannada und klick hier einfach mal auf verbinden so jetzt ist einfach mit meinem pc hier nur die verbindung über den firefox ganz normal mit dem split handling aktiv das heißt wirklich jetzt hier fünf deutschland meine ip-adresse das heißt ich öffne jetzt hier an meinem pc an firefox nicht jetzt wie ist meine ip.de und jetzt sollten wir rein theoretisch in kanadaland ihr seht schon es dauert und wo sind wir in kanada und das ist eine richtig richtig geile funktion und das funktioniert nicht nur mit programm und applikationen sondern wie wir gerade gesehen haben jetzt muss ich wieder in die einstellungen reingehen einstellungen port weiterleitung das geht nicht nur hier mit applikationen ihr könnt auch selber applikationen hinzufügen programme die ihr wollt ihr könnt selber sagen nur mein streaming programm geht darüber nur mein xy programm geht darüber ihr könnt das aber auch auf ip-adress basis machen das heißt ihr könnt hier einfach eine ip-adresse reinhacken was ich jetzt nicht probiert habe ob netz geht lassen ausprobieren irgendwie 221 200 200 punkt 0 24 mal gucken was macht macht das sogar richtig richtig gut das heißt ihr könnt eurem vpn programm am pc einfach vorgeben ok nur das geht durch den tunnel alles andere nicht auch dafür es gibt so viele einsatz szenarien und aus unserer technologischen sicht ist das sowas von wichtig dass wir sowas machen können denn wir wollen teilweise verbindungen da lang haben und wir wollen verbindungen teilweise da lang haben das ist super super wichtig dass es solche funktionen gibt und dass es solche funktionen auch noch in solchen tools dreck gibt ist einfach super klasse mir fällt nichts anderes ein dass es das gibt danke 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 und gleichzeitig noch dass es das auch als negierung gibt das heißt ja hier oben anwendungen über ips vom tunnel ausschließen also es gibt manchmal sind verbindungen ich will halt wie diesen einen server soll nicht über vpn gehen dann werde ich halt eben das hier oben weil die ip-adresse aus fertig nur und andersrum ist halt eben dass diese negierung hier andersrum gesehen im endeffekt jetzt habe ich euch schon so viel mit den technischen bimban gelangweilt und wir sind eigentlich noch gar nicht fertig was wir halt eben alles können das ist erstmal alles das was wir direkt über dieses windows tool machen können was schon mal wirklich wirklich gut ist aber was ist wenn wir einfach mal tiefer schürfer darüber nachdenken wir wollen wirklich geile sachen machen vorsicht mit so mikrotik routern wenn wir wirklich mal richtig kette geben wollen wir wollen unter linux machen wir wollen vollgas geben was für möglichkeiten habe ich denn dann ja auch dann haben wir natürlich wollte ich habe ich euch eben schon mal gezeigt wir können uns einfach auch eine open vpn konfiguration ausrollen können wir sogar sagen über welches land und so weiter und er gibt mir hier dann einfach eine konfiguration aus das heißt hier klick herunterladen da kriege ich einfach ein open vpn file raus ihr seht unten links ich kann das irgendwo hinzufügen auf mein linux system auf meinen keine ahnung was auf meinem windows pc völlig egal auf meinem handy und ich kann es halt eben nutzen aber ich kann es halt eben auch genauso gut nutzen mit mit meinem war ja gerade ich muss nicht das tool hier nutzen um gottes willen ich muss das nicht nutzen ich kann hier einfach hingehen und sagt ganz einfach windows so sagt ihr einen namen sagt jetzt hier video dass das hier einfach alles so wie es ist ist mir jetzt erst mal egal gehen nach belgien wenn wir hier ein server aus 30 prozent und sagt einfach erstellen so dann geht er jetzt hierhin hat eine konfiguration erstellt ich mache es jetzt einfach mal blind so kopieren wir diese ganzen inhalte hier macht man war ja gerade mal auf nur für euch bitte sehr sag einfach nicht tunnel hinzufügen ich sag einen leeren tunnel hinzufügen fügt man leeren tunnel hinzu kommen hier gibt es sogar mit vpn accelerator on off und so weiter und doch einfach mal speichern ich habe nichts gemacht ein name ist notwendig aber natürlich proton speichern fertig aktivieren jetzt wird es wahrscheinlich bei mir wird nicht knallen nicht unbedingt vorführeffekt irgendwas hat nicht geklappt warum nicht lesen sie das protokoll tunnel service track finish shutting down unable set ip ist das objekt ist bereits vorhanden hat er hier irgendwie ach guck mal hier ich habe eine verbindung wahrscheinlich noch offen ich mache die noch mal zu jetzt machen was noch mal dann geht's also er bedient sich einfach sozusagen an der verbindung und wunderbar so haben wir tunnel ist da tunnel ist da wir haben uns nach belgien verbunden wo erwarten wir wo wir jetzt sind klick aktualisieren ach nee wir wollten ja wie ist meine ip wie ist meine ip-adresse belgien ihr seht es funktioniert einfach sowas von einfach und jetzt wenn ich diese möglichkeit habe hier einfach über konfigurationstechnisch eine wiregang verbindung aufzubauen kann ich geiles schick schon bauen ihr werdet dazu in den nächsten paar tagen den videos sehen oder ich mache ein paar sowieso paar mehr videos jetzt über dieses ganze thema und ich sage euch wird geil wird einfach geil gehen wir mal ein stückchen weiter lasst uns mal dieses technologische hinter uns lassen wir wissen jetzt egal ob handy die zeige ich euch jetzt nicht mehr die handy app funktioniert wirklich wirklich gut wirklich gut auch mit kill switch und so weiter zeige ich euch nicht ich will euch nicht langweilen geht es jetzt weiter lasst uns mal drüber nachdenken von wegen ja software was macht denn die software könnt ihr selber überprüfen guckt mal hier proton vpn tut du komplett die auf github einsehbar das heißt ihr könnt ein komplett einsehen was macht diese app wohin telefoniert die app was macht die app wie programmiert worden ihr könnt da wirklich reingehen wenn ihr code lesen könnt ich konnte mal cc plus bloß nicht cc plus bloß aber heutzutage auch nicht mehr ganz ehrlich trotzdem es ist öffentlich ihr könnt sehen dass es weiterentwickelt wird man sieht einfach was passiert es gibt halt eben irgendwelche release notes und so weiter es wird halt eben ganz normal daran gearbeitet und das finde ich halt eben bin ich auch noch sehr sehr schön dass man einfach sieht was passiert und technologisch gesehen wissen wir natürlich auch wie wir uns verbinden und was für eine technik dahinter steckt im endeffekt was die und da sind wir jetzt noch mal beim großen großen thema hier bei dem thema wo war es mit protokollierung machen ist immer noch eins der größten fragezeichen glaubt mir ich habe nicht eingesehen der irgendwie ein beweis öffentlich liefern kann dass er es nicht tut denn aus meiner persönlichen sicht irgendwo und wenn es ein popliger switch ist der irgendwo dazwischen klebt bei irgendwelchen servern wird immer irgendwas mit geschnitten das geht teilweise vielleicht auch gar nicht anders sagen wir mal so rum außer es wird wirklich explizit überschrieben aber das ist eine andere geschichte das kann euch glaube ich keiner richtig versprechen aber darum geht es auch gar nicht so ich hoffe das war einfach mal ein sehr ausführliches video zu dem thema wer darauf bock hat hier unten steht natürlich ein link drin ist auch logisch ich muss ein echt sagen ich habe mich viel umgeguckt und ich muss sagen ich bin einfach bei proton vpn hängen geblieben weil einfach die möglichkeiten geil sind ich viel 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 machen kann ich möglichkeiten habe wirklich mir die konfiguration auch so wollen andere können das auch keine frage ich will hier kein gut oder schlecht reden ich sage nur ich bin hier hängen geblieben für mich ist der preis in ordnung für sechs euro oder sowas irgendwie und wenn es nur für einen monat sein soll für ein 10er what the fuck das ist in ordnung für den service den ich hier halt eben irgendwo bekomme so das war einfach mal ein schönes review von meiner persönlichen seite wie gesagt ohne werbung und keiner hat mich dazu irgendwie bezahlt oder sonst was ganz ganz wichtig kommt von mir von meinem herzen ihr bleibt gesund ich bleibe gesund wir sehen uns im nächsten video tschau